hallo ihr kinder also heute muss ich mich ja mal ein bisschen beschweren ich finde das ganz gemein die durften alle in die schule gehen letzte woche und ich ich musste hier zu hause im home office bleiben ganz gemein und da haben sie lauter filme gedreht mit den kindern da in der schule mosefilme lustige filme krasse filme spannende filme ulkige filme seltsame filme ganz viele tolle filme aber das muss ich sagen es macht spaß die filme anzugucken und 10 filme sind es geworden wahnsinn jedes kind hat einen film gedreht und die durften manchmal sogar zwei filme drehen also wenn ihr lust habt die filme anzuschauen dann macht ihr klick klick findet sie irgendwo im internet im youtube kanal bei uns und dann könnt ihr alle zehn filme anschauen aber das muss ich ja sagen nächstes mal bin ich dran ich darf dann in die schule gehen ich eure frau lila